hallo ihr habt euch gekannt und mit recht herzlich willkommen auf dem rosen kanal und zu einem kleinen Fluffy Gamerspiel und zusammen die Demo, man kann auch eins und zwei spielen, von Five Nights at Roddy's Ich liebe diesen Stil, wenn sie so aussehen Es geht von alleine anscheinend und ich hab's jetzt gelesen Lied von 12.00 Uhr Monday Hey John Hi John Oh nice Oh 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 Solle ich muss man Oh Mal Mal Ich habe die Beleuchtung. Ich habe die Beleuchtung. Also, unsere Animatronik. Wir sind die Animatronik. Wir können die Schutdown-Modeln nicht ohne die Teilen in den Robots zu verändern. Nur die Kameras und die Räunehmen. Wir haben die Beleuchtung. Das ist ein speziell Radium. Das ist ein super Gerät. Oder? Danke! Danke! Der Ronny wird hier auch später aktiv. Kennen wir vor? Oh, so funktioniert. Ist mit Game Maker gemacht. Falls es sich der Herr Gamers anschaut. Es ist mit Game Maker gemacht. Wie soll das sein? Oder? Oder wohl oder übel oder nicht? Ich finde diese Geräusche so leicht abgespaced. Cool! Und vor allem die Stimme, die Telefonstimme war richtig cool. Und wo ist er denn? Wo sind Sie? Wo sind Sie, mein Freund? Sie stehen da. Sie stehen da. Sie stehen da ganz schwach. Hier. 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 Und sonst Leute, alles Banane, Bananje, Bananje, erst nach Gaben, 2am. Und wie gesagt, man kann 2 Neichte spielen, laut Entwickler. So ein Kühlschrank habe ich früher mal gehabt, wow, nostalgic. Die sind einfach cool, ich liebe diese alten Kühlschränke. Ich liebe es. 3 Uhr. Bulldog. Wer bist du mit den Gummi-Schuh? Wer bist du? Bulldog. Wer ist das, was ich will? Wer ist das? Wer ist das, was ich kann? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Seht ihr ihn da? Hier. Was sind seine Augen? What? What? Tell me why? Muss ich, wenn er in der Hall ist, hier im Hellway, die Maske aufziehen? Normalerweise zieht man die Maske auf, wenn er in der Office ist und nicht im Hellway. Man kann ja nicht mal den Anruf benutzen. Ja, ah, funky, ah, funky. Das ist ein Musiker, der ah, funky. Oh, das ist ein Musiker. Oh, das ist ein Musiker. Oh, das ist ein Musiker. Have a good night. Have a good night. Have a good night. Good night. Mr. Good night. Und zwar haben wir schon zu weit, aber mehr wie die erste Nacht spiel ich sowieso nicht. Night. Ich ziehe gar nicht rein. Das ziehe ich mir noch nicht an. No more is a nice guy. Ah, da schauen wir doch da oben. Also das wäre jetzt gemein. Normalerweise Maske, wenn jemand in der Office ist. oder? Und hier im Flürchen hilft normalerweise nicht. Das ist mir jetzt neu. Also das ist mir jetzt ein kleines bisschen neu. Schau mal, er bewegt sich, aber er steht ja immer noch da. Du siehst, warum geht er nicht weg? Aber er ist ja hier. Und ist nicht mehr hier. Ein bisschen komisch schon. Ein bisschen komisch schon, mein Freund. Aber die eine Nacht spiele ich. Also wenn er 3 ist, der Ocelot, dann machen wir die Maske. Haben wir schon 3.09 Uhr. Wollen wir mal was probieren. Wir ziehen die Maske her, bis die Maske runterkommt. Da geht natürlich nicht aus, wenn du die Maske auf hast. Das ist schon klar, dass du da steckst. Habt ihr eigentlich eine Maske noch bekommen? Für teuer Geld, ja bei Ebay oder so? Ich habe mir jetzt eine kostenlose Probe bestellt. Aber ich habe ja auch noch mein Terroristentuch. Das benutze ich immer. Und solange Vater Staat oder die Geschäfte nicht hier das einem zur Verfügung stellen, was eigentlich normal wäre. Weil man kommt, gehst in den Laden, willst in den Laden, sie verteilen keine kostenlose Masken, ja dann geh ich woanders stehen einkaufen, oder? Und wenn ich bestelle die Sonneheit. Ja, also ist es, ne? Du wirst zu etwas gezwungen, aber keiner stellt es zur Verfügung. Ja, mir geht die Luft aus. Moment, ich zeig euch mal. Da oben steht er. Zack, zack, ist die er nämlich wieder weg. Ich weiß, was ich machen soll. Der Fuhl steht ja immer noch da. Und was soll ich tun? I don't know. Sowas heiße ich, wenn du nicht weißt, was du machen sollst. Hä? Warum haut er nicht ab? Hä? I don't understand it. Vorhin habe ich Licht gemacht. Da ist er geblieben. Hat uns gejumbelt, scared. Aber wir haben schon 5 Uhr. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Darum schreibt es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Komisch, oder? In real time? Nein! Nein, nein, nein. Freunde, das war Five Nights and Ronies. Es ist nicht mein Fall. Ich komme jetzt auch nicht zurück ins Menü, vergesst? Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich werde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten könnt auf meinem Roast-Kanal. Bitte bewährle doch das Video, schreib was in die Kommentare, aktiviere die Glocke und Verhältnisse. Wenn ihr kein Abo habt, dann würde ich aufs Köpfchen drücken. Press that button to subscribe. Oder werdet Kanalmitglied, um mich zu unterstützen, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn das jetzt endlich mal jemand machen würde. Ansonsten bleibt bitte gesund und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschö bitte und finde die Glocke Eurosigarette nach. Jo, wackel Tulip im Kopf. Ciao, euer Rossi. Thank you and goodbye, goodnight. Bye bye.